Die Front ist gar nicht so cool. Nee. Du musst dich erstmal reparieren hier. Oh, reparierst du nicht? Du verlierst Öl. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Jo, sehr gut. Sehr schön, machst du das. Wir machen das hier. Ich hab mich auch jedes Mal verballert, wenn es die letzte im Magazin war. Damit ich nachladen konnte. Das mach ich auch. Ey, wollen wir gleich vorne? Ey, wir sind wieder am Friedhof, ha? Ja, ich würd schnell wieder... Scharfschütze schnell. Oh, es ist schon wieder weg. Das gute Scope. Ich bin ganz vorne, ich bin an der Front gespawnt. Ah ja, ich auch. Geil. Aber die sind... Die Sniper ist auch nicht so schlecht. Aber mit dem Scope wär schon geiler. Weil du siehst halt auch mal ein bisschen was auf die Ferne. Ah, okay, so geht's auch. Ist ja auch gut, dass ich jetzt Granaden werfen will, aber... hab ja gar keine. Wo kommen die? Hier fallen doch schon die ersten Toten um. Na von vorne, ne? Aber ich seh sie nicht. Ich dachte, da gibt's irgendwie mal einen Massenansturm. Wo hast du denn? Wer hat dich denn getroffen? Das gibt's ja gar nicht. Ich steh hier mitten auf dem Feld. Ja, frage mich auch. Ich hab keinen gesehen. Ich glaub, die haben uns verarscht. Das ist hier gar nicht die Front. Die ist hinter uns. Oh, ich bin auch tot. Sag mal. Die sind da unten. Feuer in die eigenen Reihen abgeliefert da. Ich komm zu dir in vier Sekunden stirblich von... aus dem Lichts aber. So, da bin ich. Aus dem Lichts. Ja, wohin denn du Spinner? Oh, Alter. Oh, ich bin wieder tot. Alter. Hä? Wo ist denn das scheiße Mk? Schwanzloch. Schwanzloch. Sitz am... hier. Oh, jetzt hat mich einer weggebombt. Grüß Gott. Wir haben noch nicht einen Killen. Wir liegen schon zweimal wieder mit der Fresse im Dreck. Die Front ist gar nicht so cool. Nee. Wie kommt der denn da hoch? Er ist Bergsteiger, alles klar. Ah, ich bin aber auch hochgekommen. Ich bin Scharfschütze. Die Front ist gar nicht so cool. Der ist die doch auch nicht. Zumindest am Anfang. Ich kann nicht mehr. Komm mal hier. Von wo denn? Ich hab noch nicht meinen Kopf rausgestreckt. Hör doch mal auf damit. Ich hab einen erschossen, aber dann hat mich eine Bombe wieder weggemacht. Ich komm jetzt auch bei dir. Alle Leute, du bist ja schon wieder an der Front. Die Front ist gar nicht so cool. Ja, nee. Die schreien alle rum. Nordi, ich bin zu dir. Irgendwie. Ich lauf dem anderen wieder her. Der macht hier die Kills vor mir weg. Ich hab die noch nicht mehr gesehen. Ei. Ein Tier? Was? In die Ferne. In die Ferne. Der war da vorne schon bei uns. Oh, der Franzose. Er hat gedacht, wir sind gut, weil er beim letzten Mal gut abgeliefert hat. Guck mal, kein Schwein an der Front. Ich guck da hoch, da ist nix. Na, und dann kriegst du eine. Dann fragst du dich wieder. Den hab ich jetzt. Den Kack-Vogel. Das machst du. Okay. Ich bin so weit an der Front, dass die schon wieder vor uns sind, oder wie? Die sind schon wieder hier auf dem Compound, Junge, auf dem Gelände angekommen. Ja, jetzt muss ich wieder zurückrennen. Was soll der Kack denn? Die Front splittet sich. Von hinten kommt keiner mehr. Die sind wahrscheinlich schon durchgebrochen hier. Na komm, da laufen sie alle. Oh, Alter. Oh. Ei, das gibt's nicht. Die sind, die kommen jetzt, also ja, auf den Compound rennen die wieder, ne? Aha. Von links und rechts. Und sind auch schon hinter uns. Das Spornster an der Front, da ist da gar keiner mehr. Warte, den hab ich aber lang gemacht. Da guckt er mich aus traurigen Knopfaugen an. Der ist auch der, der wollte den Front hinterher. Da ist noch ein Überliefer. Der Senseless. Ich bin der Einzige hier vorne. Hinter den feindlichen Linien. Das ist auch gut. Ich komm mal jetzt hin. Darf ich das überhaupt? Sonst erschießen sie mich wieder, wenn ich hier so heldenhaft bin. Oh, du musst dich erstmal reparieren hier. Oh, reparierst du nicht? Du verlierst Öl. Danke, geil. Jetzt mach ich hier ein bisschen runter und dann laufen die hier rum. Da haben sie mich gerade weggeholt. Ah, okay. Siehst du, da unten laufen sie, die Ratten. Du hast recht. Ja. Und das ist ja gut, dass ich gar keinen getroffen war bei vom Schuss. Na gut. Oh, jetzt hat mich einer. Ich verblute gleich. Ich war aber direkt drauf. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Jo, sehr gut. Ja. Noch einer rechts. Der ist in den Graben rein und da ist so ein kleiner Durchgang. Also nach links oben weg ist er. Wo ist er da hin? Ne, hinter dir. Egal, ich bin jetzt bei dir. Der ist hier hinten längs gelaufen. Der hat Fahnenflucht begangen. Ach so? Ich denke mal. Ich geh jetzt mal gucken, wo der hin ist. Da schießt der unten mit dem, mit dem, mit dem. Oh. Der, 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 genau. Er ist nämlich hier oben am Gewehr. Der kommt ja zu dir runtergesprungen. Ja. Mann, wie mit einer Pistole one shot. Alter, ich will die Pistole haben. Ja, die ist geil. Naja, ich seh es ja, wie du sie alle weg machst. Ich renne da hin und scheuche sie auf. Hier oben hat noch einer auf mich geschossen. Matze, Matze, fertig. Wo ist denn das? Das Geschütz? Das Geschütz? Ich weiß nicht. Irgendeiner schießt das schon wieder auf mich hier. Jetzt geh ich da nochmal hoch. Ah, der war unten. Ja, und oben am Geschütz steht wieder einer. Ja, ich hör es. Er stopft fröhlich nach. Hier ist er. Ich sabotiere, ich sabotiere. Ja, ich seh es. Du hast wieder irgendwas gebaut. Ne, abgerissen. Ach so. Pass aufs Feuer auf. Da hinten kommt einer. Den muss ich umlegen. Komm mal von links jetzt. Am Zaun. Ich bin so klein, ich kann nicht über die Mauer gucken. Steig auf meinen Rücken. Ach, gut. Steig auf meinen Rücken. Nachladen. Sieg auf Deckung. Der Batzer muss sich einen Hocker mitnehmen. Ja. Ey, das ist so ein Segen mit der Pistole. Das sag ich dir. Ja, ich hab sie. Ich weiß gar nicht. Ich glaub ich hab die auch schon freigestellt. Du müsstest die eigentlich schon freigestellt. Du hast doch schon gut Sniper gespielt jetzt. Level 2. Level 2 brauchst du glaube ich. Ich hab's noch nicht. Ich, ich. Ich seh auch einfach gar nicht, wo ich wüsste. Was macht er denn? Sag mal. Junge. Der will einfach nicht sterben. Ich glaub das nicht. Aus den Bergen kommen sie wieder. Der Mann aus den Bergen, Junge. Ich seh ihn. Oh, da. Ich hab einen. Am MG. Ich hab ihn. Ja, jetzt bin ich im Lauf. Schönes Ding. Ich seh es wie er vorne. Messerarbeit verrichtet. Oh, jetzt hab ich keine Munition mehr. Scheiße. Kann man eigentlich andere Waffen aufheben von den Gegnern? Nicht. Es ist uns alles untersagt. Hab ich ne Munitionskisse bei mir? Ich glaub die kann auch wieder nur einer bauen. Sehr schön machst du das. Wir machen das hier. NG. Wo ist denn das? Oh nein, ich hab ihn nicht. Genau da vor dir. Genau da. Nein! Er ist tot, er ist tot. Okay. Ah, Nordi. Da stehst du. Geil. Aufstieg. GZ. In der Gruppe macht es richtig Spaß, oder? So jetzt. Ja, das ist so macht es Spaß, wenn man wenigstens... Ja. Ich sag das ist alles bloß... Für die gute Sache kämpft ihr. Du musst erst... Für die gute Sache... Au! Au! Du musst erst mal bloß reinkommen in das Spiel. Du musst... ein Auge wieder dafür kriegen und so ein scheiß Gefühl für die Dreckswaffen. Witzig ist das, du musst eigentlich ständig in Bewegung bleiben, ne? Du kannst da... Das ist... Da ist einer durchgebrochen. Ja, ich musste den im MG erstmal wegmachen. Ah nein! Ich war zu übermütig. Nein! Ich bleib hier! Du kannst gleich wieder direkt spornen. Das ist gut. Die brechen durch, ne? Sind jetzt schon hinter den Holzstapeln. Drei Stück. Bin wieder da. Danke dir. Pistole halten. Pfff! Da hat er die Rechnung ohne die Pistole gemacht. Der kleine Sportsfreund. Ja. Schlingel. Ich bin wieder bei dir. Sehr gut. Können wir uns wieder abstoppen. Abhalten hier. Nein! Zu weit vorgehalten. Die sterben ja wie die Fliegen, Junge. Die haben es sich anders verdient. Oh nein, schon wieder... Noch mal, fünf Schuss ist noch gar nichts, ne? Nee. Die Front ist gar nicht so cool. Ey, ich habe einen auf tausend Meter erschossen. Nein! Drei Stück! Vier! Ah, stopf das mal nach! Nein! Vorbeigeschossen! Oh nein, ich muss nachlachen. Ich habe es noch einer durchgebrochen. Einer war doch hinter den Holzbalken. Er hat wahrscheinlich Schiss. Oh! Oh! Direkt... Beschuss! Das ist jetzt da nebenan hier von uns. Eins habe ich. Okay. So weit, Andy. Durch das Laden, Junge, kannst du nur noch zugucken, wie sie hier... Die sind hinter dem Holzbalken da drüben. Laufen sie. Das mit dem Nachladen ist ja echt freutig. Ja! Vorsicht, hinter dir, hinter dir! Was? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ah, okay. An deinem Ohr vorbei. Hinter mir standst du doch. Nee, ähm, von der anderen Seite. Also... Ja. Bist du tot? Nein. Oh, guter Schuss. Langsam komme ich rein mit der Waffe, aber. Oh, einer hat auf mich geschossen. Ich muss mal meinen Revolver vollstopfen. Ich muss auch noch nachladen. Mhm. Sag mal, der hier am MG ist der geilste. Nein, jetzt bin ich tot, du musst am Leblatt. Oh, jetzt bin ich auch tot. Ich auch. Unsere schöne Position, Alter. Oh, hat die uns nach vorn gebeamt. Guck dir das an, wir sind die zwei Besten oben auf der Liste. Aber dürfen wir nachher wieder... B. 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 Dafür stehen wir nachher wieder nicht mitten auf dem Treppchen. Aber egal. Das ist es mir wert. Ah, wir sind gut gespawnt. Hier, kommen wir gleich wieder zu unserem Holzstabel. Ich mach mich ja auch nicht dahin. Ich hab ja auch schon wieder irgendeine Aufgabe, aber die kann ich so schnell gar nicht lesen. Was du immer mit deinen Aufgaben hast. Ich hab die alle, glaub ich, alle weggekickt. Da kriegst du ja so ein Infofenster. Jaja, genau. Und die musst du dann aber immer irgendwie erledigen. Das war aber nicht unser Holzstabel, der war weiter vorne. Ja, das ist unser. Oh nein, schon tot. Bleib mal im Leben, bitte. Ich versuch's. Ich versuch's. Hier schießt was auf mich. Ja, sieben. Ich bin tot. Ich hab's nicht gesehen, woher's kam. Macht nix, ich geh da wieder hin. Ich komm mit. Das hat mir gefallen. Ja, das ist eine richtig geile Position. Direkt hinter dir, fast. Fast direkt. Der ist ja nicht ganz dicht, der Typ. Wer ist denn das? Ich seh den gar nicht. Ah, ich hab ihn. Okay, geil. Da schießt doch noch einer. Ach, das bist du. Naja, ich muss hier schießen. Das ist meine Aufgabe hier. Schon wieder leergemumpelt hier. Nein. Jetzt bin ich aus dem Flow raus. Ich hab meinen Flow verloren. Oh nein. Oh Gott. Jet kill. Oh. Wir müssen da wieder hin. Wir müssen da wieder hin. Unser Holz. Die wollen unser Holz klauen. Wir brauchen das Verbinder. Na? Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Schlamm gerutscht. Was? Drückst du da irgendwas damit oder sagst? Oh. Das bin ich nicht. Warte von alleine. Oh. Von vorne. Holzstapel sind sie schon. Geil. Ja. Schnell heil. Sie brechen schon wieder links durch. Durch die Holzstabe. Oh. Oh. Ach man. Das ist leer. Da war wieder einer am MG. Die sind immer welche. Also da kannst du eigentlich alle paar Sekunden angucken. Die sporen direkt dort. Ja. Oder so. Und. Es schießt einer wieder auf mich. Von da oben. Oh. So. Ah. Sieg. Offensiv Sieg. Alter. Wir Tiere. Junge. Vorne an der Front. An der Front war es doch geil. Ja. Nur erst. Später. Es bleibt mir verwehrt. Da ist doch Platz frei. Und keiner von uns steht da. Warum stehst du dort nicht, Alter? Du bist schon wieder vorne an der Tabelle. Führst die Tabelle an, Alter. Das gibt es doch gar nicht. Warum? Es ist. Das spielst du und zerfraschen, Junge. Das spielst du und zerfraschen, Junge.